unten rechts damit an dem runden ding hier schneller drehen ja herzlich eingeladen noch sofort anzurufen hier bitte sofort anrufen hier ist unsere homepage und wir helfen sozusagen mit bei der tür durch die sender bei der organisation jetzt auch schon mal der ersten runde info könnte man die mail schicken also bitte sofort melden wenn sie mitglied einer der neuen parteien sind also die föderalen die basis und so weiter wir haben also noch wir haben zusage von drei mitgliedern von wir 2020 wir haben noch kalt wir haben der vorsitzende von bewegung blau versucht dabei zu sein von föderalen haben wir noch keine rückmeldung und von die basis haben wir auch noch keine endgültige zusage also bitte einfach melden und mittalken denn die tour durch die sender entscheidet darüber ob die partei bei 2,6 prozent bleibt wie michael ballweg oder ob sie überhaupt in den bereich der 56 prozent kommen kann der 28 prozent um den kanzler zu stellen oder der circa 20 prozent um überhaupt als koalitionspartner deutschland mit zu regieren wenigstens na schluck wasser also darüber ob diese parteien letztendlich spielereien sind wertlose spielereien oder wirklich deutschland regieren werden darüber entscheiden die externen die kooperation mit den externen reformern und diese tour durch die sender ist ja nichts anderes als das gespräch zwischen parteimitgliedern und den externen reformern als hier sind also die bilden sich quasi eine meinung die parteimitglieder bilden sich quasi eine meinung zu gwö gemeinwohl ökonomie christian felber bedingungsloses grundeinkommen zu ekonomie von mankind dazu gehört auch noch lösungen punkt jetzt ekonomie von mankind org bei gwö ist es ekogut punkt ich glaube com schrägstrich de oder so also ekogut auf jeden fall deutsch und next scientists for future das sind vier und vielleicht bringen die parteimitglieder sagen nee wir müssen auch noch auf die externen reformer post wachstums ökonomie hören professor nico pech oder so ja gerne gerne wir wir setzen uns gerne mit allem auseinander aber machen wir mal stück für stück die gemeinwohl ökonomie also warum diese sendung mache ich jetzt erstens um sie einzuladen sofort anzurufen und noch mitzutalken bei der tour durch die sender eins die nachher stattfindet also bitte sofort anrufen und fangen wir an mit der gemeinwohl ökonomie das wird nämlich ein bisschen dauern bis der sender nämlich dann die sendung geschnitten hat und fertiggestellt hat werden werden sicherlich ein paar tage vergehen deswegen gebe ich jetzt mal zum vorblick was ich so erwarte was thema sein wird also gemeinwohl ökonomie wird vorgestellt werden etwa ungefähr so die gemeinwohl ökonomie hat ein gutes ziel sie möchte sozusagen dass die wirtschaft den menschen dient und die umwelt und so weiter nicht schädigt und überhaupt einfach sehr menschlich und sehr sozial mit den menschen umgeht wobei die gemeinwohl ökonomie dabei nicht unbeeinflusst ist von den vorteilbringenden irrtümern von sozial spartlern also dies heißt da ist manches sozusagen nicht realistisch links sondern ja teilweise unrealistisch links also im sinne von vorteilbringenden irrtümern der sozial sparten und und dann ist auch die gemeinwohl ökonomie noch voll von den ngo sparten also von denen die alle sozusagen gut leben von der provokation der also von bettelei leben indem sie die leute an betteln bitte seid doch mildtätig zur welt sodass dann die menschen für für ihre nachbarn nichts spenden aber für für die ganze welt da draußen für tiere für 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 arme in afrika hungernde in in der dritten welt alles mögliche ausgeben an geldern aber für ihren nachbarn und überhaupt nichts mehr übrig haben sozusagen ja also das ist typisch für die ngo die vorteilbringenden irrtümer der ngos ja die gemeinwohl ökonomie versucht also das kernstück der gemeinwohl ökonomie ich lasse jetzt mal die ganzen ja sehr extrem radikal linken fantasien mal weg sondern gehe auf die reale basis das ist die gemeinwohl bilanz und da ist das entscheidende das zukünftige staatlich geprüfte oder staatlich angestellte wirtschaftsprüfer für gemeinwohl bilanzen quasi bewerten ob ein unternehmen minus 3600 punkte bekommt oder 1000 plus punkte bekommt oder dazwischen legt ja und wo es genau dazwischen und das heißt also dass diese wirtschaftsprüfer subjektiv abschätzen ob dieses sozusagen ob dieses unternehmen egal ob einzelunternehmen oder größtes unternehmen sozusagen letztendlich allen anforderungen gerecht wird da sind so dinge dabei wie das frauen und männer gleich bezahlt werden sollen vom unternehmen das sind aber auch so dinge drin wie das irgendwie in in der im unternehmen eine sehr große demokratie herrschen soll also auch über gehalts entscheidungen für die mitarbeiter und für die chefs sozusagen und und dadurch können sich die mitarbeiter teilweise selbst die höhere ihres einkommens bestimmen und und auf der anderen seite kann es dann sein dass dann quasi die mitarbeiter dem chef in seine unternehmerischen entscheidungen eventuell reinreden und es dann zu fehlentscheidungen kommt und es kann eben sein dass wenn die unternehmer mitkriegen dass eine solche zukunft sie erwartet dass sie dann das land verlassen und flüchten werden die zweite ebene ist also an sich ist der grundgedanke ja gut dass der staat bei der vergabe seiner aufträge die kommunen die länder und der staat bei der verträge auftragsvergabe nur noch auf die punktwerte schaut und dadurch dann eben und aus sozusagen dann aufträge lukrative aufträge nur noch an unternehmen mit hoher gemeinwohl bilanz punkt zahl vergeben werden auf der anderen seite sollen auch die steuern gesenkt werden für firmen mit guter punktzahl und drastisch erhöht werden für die für die unternehmen mit mit schlechten punkt zahlen sozusagen im prinzip nicht schlecht weil das erinnert so ein bisschen an die verdienstzuschüsse der next scientists for future also next s 4f am und und hier das heißt also next scientists for future vom weltrat und ja dass das kann man überlegen nur jetzt gibt es dann das problem dass die die wirtschaftsprüfer quasi lauter subjektive die wirtschaftsprüfer für gemeinwohl bilanzen lauter subjektive einschätzungen abgeben und dass dann eventuell eine prozessflut kommt denn zukünftig entscheiden über das leben oder sterben eines unternehmens dieses subjektiven einschätzungen und da haben eben die next scientists für future mit ihrer variante der gemeinwohl ökonomie der älteren ausgereifteren variante der gemeinwohl ökonomie einfach sozusagen die besseren daten nämlich über wohlfühl stimmen oder wenn wir beim gesundheitssystem und ernährungssystem zum beispiel die wellness konzerne einführen ja wo dann auch ja alten und pflegeheime pharmakonzerne als mutter konzerne für die apothekerschaft der zukunft und krankenkassen und lebensmittel konzerne sozusagen wellness verbünde binden zusammen mit retter restaurants also die jeder lebensmittelhändler bildet dann alle restaurants schließen sich irgendeinem lebensmittelhändler an und werden von dem dann mit dem entsprechenden gemüse und obst beliefert und so weiter und und so diese wellness verbünde würden also hätten ja dann intern harte daten nämlich entweder die leute werden oft krank und müssen im krankenhaus behandelt werden dann geht ganz viel geld für alle beteiligten flöten an die krankenhäuser oder die leute bleiben total gesund weil überall es nur noch gesunde ernährung gibt ja und so weiter dann 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 bleibt das geld in der krankenkasse und wird verteilt auf pharma apothekerschaft pflege alten pflegeheime lebensmittel und restaurant ketten und ja und dadurch hat man spielt sich alles in harten daten ab und es gibt überhaupt keine unstimmigkeiten und streitigkeiten letztendlich ja sozusagen denn wenn wenn dann irgend so ein wellness verbund mit einem der partner nicht zufrieden ist mit dessen leistung nicht zufrieden ist kann er den ja gegen einen anderen austauschen ja das ist ja dann ein freies markt geschehen sozusagen und bei der wohlfühlstimme ist es noch eindeutiger da ist es das wohlfühlen dass die wohlfühlstimmen die die bürger abgeben wenn die einmal beim bundeswahlleiter sind die daten sind das harte daten die durch nichts beeinflusst werden können und eben nicht von subjektiven einschätzungen von wirtschaftsprüfern für gemeinwohlbilanzen abhängig sind ja dann ist halt auch die frage ob diese vielen ansprüche die 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 quasi so eine bilanz dann an die unternehmen hat ob die das nicht dann auch die wettbewerbsfähigkeit sozusagen schwächen würde denn sie machen wir uns mal klar die sie kriegen nur hohe punktwerte wenn sie auch die lieferanten in der dritten welt sehr gut bezahlen also viel höher bezahlen als die konkurrenz ja und dadurch werden die preise höher und die chancen auf dem weltmarkt schlechter und bevor die unternehmen sozusagen das zulassen wandern sie vielleicht schon vor der einführung der gemeinwohl ökonomie aus deutschland ab sozusagen die fähigsten unternehmer verlassen deutschland die und damit sind wir bei dem nächsten vorteilbringenden irrtum ja wir haben ja als einen der riesigen vorteilbringenden irrtümer der sozialsparten und der ngos haben wir ja genannt hier ich glaube es ist sogar noch im bilde haben wir ja das gehabt ja der einer der großen vorteilbringenden irrtümer war ja alle menschen sind gleich alle menschen haben gleich große gehirne also es wird weggeleugnet die naturwissenschaftliche tatsache dass unsere urgroß mütter und urgroßeltern vor vier millionen jahren circa einen halbliter hubraum im kopf hatten also gehirnvolumen halber liter hubraum motor sozusagen und entsprechend sehr wenig intelligent waren und dann wir ein sogar mal einen durchschnittswert hatten vor den höchstwert hatten von 1500 milliliter durchschnittswert und jetzt degeneriert sind zu einem durchschnittswert von 1350 milliliter und dass die gehirngrößen schwanken zwischen etwa ein bis zwei litern hubraum so dass wir also hier die im wesentlichen die intelligentesten mit zwei litern haben ungefähr wobei die korrelation nicht 1,0 ist sondern 0,7 vielleicht nur ist aber trotzdem im großen ganzen haben die zwei liter gehirne sind die die intelligenteren und die ein liter gehirnerin die wenigstens am wenigsten intelligenten wenn man aber den vorteilbringenden irrtümer des bettum der sozialsparten und der ngos folgt dann sind ja alle gleich gut und alle gleichermaßen genies deswegen auch wir haben platz grenzen auf für alle und alle zu uns und so weiter und und auch alle bedingungsloses grundeinkommen denn dann macht es nichts wenn die sonderschulabbrecherin sozusagen 20 kinder in die welt gesetzt um 20 um 40.000 euro bedingungsloses grundeinkommen zu kassieren das spielt dann alles ja keine rolle denn ist alle kinder sind ja gleichermaßen genies ja ganz egal welche gehirngröße die eltern haben und welche entsprechenden gene die eltern aufweisen also dann kann es jetzt passieren ja dass eben uns hier die allerfähigsten mit den größten gehirnen bezogen auf die wirtschaft jedenfalls abwandern aus deutschland schon vor einführung der gemeinwohl ökonomie und danach sozusagen viele unternehmen pleite geben sozusagen weil sie durch die gemeinwohl bilanz letztendlich gezwungen sind sehr viel geld auch zur rettung der welt auszugeben und der finanzierung und der lösung der probleme der länder der dritten welt ja denn die richtige lösung für die länder der dritten welt wäre ja dass die dass man das dass die länder der dritten welt den weltrat anrufen und die next scientists for future und die bitten dort zu reformieren so dass diese länder alle top länder werden also erfolgreiche top länder werden stattdessen löst quasi die gemeinwohl ökonomie die probleme dieser länder indem sie viel geld von deutschland in die zulieferländer transferiert dadurch gehen dann die deutschen unternehmen tendenziell kaputt weil sie auf dem weltmarkt nicht mehr wettbewerbsfähig sind und am ende kommt bei raus dass deutschland insgesamt verarmt das ist bei der gemeinwohl ökonomie so ja dann die das bedingungslose grundeinkommen jetzt sind wir also hier bei bg da kommt es jetzt darauf an ob man wie richard david precht so weise ist dass man das erst ab 18 gibt sozusagen weil das dann wird bedeuten würde dass dieses geschäftsmodell die sonderschulabbrecherin gesetzt 20 kinder in die welt und erhält 40.000 euro oder 30.000 euro bedingungsloses grundeinkommen einfach nur für das in die welt setzen von kindern mit sehr kleinen gehirnen durchschnittlich sehr kleinen gehirnen schluck wasser aber auch schon die tatsache dass die mutter dann also die frau 1500 euro gibt kriegt er gibt gibt ihr die möglichkeit doch ein zwei kinder zu bekommen und das sind schon viel zu viele denn wir müssen alles tun dass es in zukunft hier für unsere klugen karriere frauen paradiesisch leicht wird und das machen wir machen natürlich die next scientists for future würden das machen aber das bedingungslose grundeinkommen hat ja dafür kein konzept also das heißt wir würden hier nach wie vor beim bedingungslosen grundeinkommen viel zu wenig kinder haben und würden hier immer noch viel zu viele haben der intelligenzdurchschnitt und die gehirngrößendurchschnitt würde weiterhin absinken sozusagen deutschland würde weniger intelligent und weniger leistungsfähig werden und dadurch tendenziell kaputt gehen weil eben das ist ja ein vorteilbringender irrtum der sozialsparten sozusagen ja die leute verhungern uns ja wenn wir ihnen nicht ein großes bedingungsloses grundeinkommen oder ein größeres harz 4 geben das haben wir ja widerlegt das stimmt alles nicht ich lebe ja im moment so von 30 bis 50 euro im monat an zu essen und dann kommt noch dazu ein bisschen telefon und ein bisschen telefon computer und 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 strom halt mehr ausgaben habe ich nicht und das heißt also wir haben ja von den sozialspartlern aufgrund ihrer vorteilbringenden irrtümer zwei dinge einerseits helfen die sozialsparten den armen menschen gar nicht weder den arbeitslosen noch den anderen und auf der anderen seite verwöhnen sie sie so so nach dem motto dann auch bleibt doch arbeitslos bleibt doch sozialfall dann habe ich arbeit und und ja und dadurch darf da deswegen sind die immer dafür die verwöhnung natürlich entsprechend hochzufahren aber wie gesagt diese verwöhnung würde schon wieder dazu führen dass hier doch mit 1500 euro bedingungslosen grundeinkommen kann auch die 18 jährige sonderschulabbrecherin immerhin damit kann sie zwei drei kinder ernähren denn man für ein kind man braucht ja für einen einen menschen um ihn zu ernähren eigentlich nur 30 euro im monat also davon kann sie schon einige kinder ernähren ja und das würde bedeuten hier haben wir wieder viele kinder mit durchschnittlich kleinen gehirnen und hier haben wir wieder ganz wenig kinder mit durchschnittlich großen gehirnen und dann dadurch sinkt natürlich der durchschnitt weiterhin ab und unser gehirnvolumen bewegt sich richtung ein liter denn die evolution kann genauso wie sie in den letzten vier millionen jahren von 500 milliliter auf 1500 und dann auf 1350 sich wieder runter geschrumpft ist kann sie jetzt auch wieder auf 500 zurückgehen das ist alles nur eine frage was wir für eine politik machen ja das ist also die evolution ist völlig offen also für die evolution ist es völlig egal ob wir wieder 500 milliliter gehirnvolumen im durchschnitt bekommen oder ob wir 1,7 liter gehirnvolumen bekommen das ist der evolution herzlich egal entscheidend ist nur was wir tun in der politik tun ja ja und dann die ekonomie von mankind übrigens nach dieser sendung in der playlist 4 sie finden das alles wo finden sie das ganz kurz sie finden ja immer alles ja hier wir gehen mal dahin hier finden sie ja immer alles hier stellungnahme live ticker da klickt man drauf und dann hat man hier live ticker mehrmals täglich aktualisiert und irgendwo hier haben sie den punkt 7 der beste sender da klicken sie drauf und am ende diese dort genannten playlist hier ja so da ist der beste sender und da finden sie natürlich immer die neuesten sendungen übrigens auch wieder was über die europäischen staaten und über corona und so weiter was neues dazu gekommen und schauen sie rein da ist immer das beste fernsehprogramm überhaupt gesammelt macht dieser sender ganz gut und hier da klickt man dann drauf da kommt man auf die playlist und so weiter ja also da findet man alles ja so und ja da werden sie auch nachher unter dieser sendung hier sozusagen die die neueste sendung hashtag 5 von ekonomie for mankind für die partei wir 2020 finden sozusagen und und jetzt gehe ich schon mal darauf ein damit sie jetzt schon wissen was sie auch in dieser sendung erwartet also das ist jetzt quasi ein vorblick auf die sendung hashtag 5 wir 2020 und eben auf die tour durch die sender 1 die ja in ein paar tagen dann frühestens erscheinen wird und ja die ekonomie for mankind hier abgekürzt e4m.org ja und lösungen punkt jetzt gehört ja dazu irgendwie ja und dann sagen wir mal was dazu economy for mankind bedeutet letztendlich dass gut gemeint ist dass man verdoppeln möchte also man möchte letztendlich das einkommen aller menschen verdoppeln das ist gut gemeint das aber technisch so nicht geht wird das zu einer faktischen halbierung führen werden also der harz 4 empfänger der ein bedingungsloses grundeinkommen von 2000 bekommen soll wird am ende sozusagen mit 500 also mit einem halbierten harz 4 auskommen müssen und mit einem irgendwo einem kleinen schmuttlichen zimmer irgendwo und die 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 pflegekraft die eine verdoppelung ihres einkommens kriegen sollte die wird dann mit dem mit dem halben einkommen zurecht kommen müssen denn sie das problem ist sie sollten sich von den vielen details nicht ablenken lassen von der schlüsselfrage bei ekonomie for mankind von wem kommt diese verdoppelung des harz 4 durch ein bedingungsloses grundeinkommen von 2000 euro woher kommt bitteschön die verdoppelung des einkommens der pflegekraft naja woher wohl das kann ja nur daher kommen von den besserverdienenden also von den unternehmern die arbeitsplätze schaffen von deren investitionskapital mit dem sie arbeitsplätze schaffen von dem sie auch natürlich in der wenigen freizeit die sie sich gönnen auch durchaus gut leben ja oder zumindest durchaus teure produkte kaufen ja aber letztendlich wird das geld hier weggenommen und jetzt bitteschön was verhindert jetzt dass die bevor ekonomie for mankind die gesetze realität werden da ist ja eine lange vorlaufzeit zwischen wahlkampf wo das dann jeder weiß wahl ergebnis und erster gesetzes ende da vergeht ja zeit und in der zeit die zeit reicht aus für jedes unternehmen ein paar millionen in die hand zu nehmen und alle maschinen abzubauen aus deutschland die anderen staaten warten nur auf solch eine gelegenheit diese unternehmen unternehmer mit kusshand zu empfang in empfang zu nehmen und wenn dann diese unternehmen alle im ausland sind und dann auch die besser verdienenden mitarbeiter sehen dass sie ja gar keine gut bezahlten arbeitsplätze mehr in deutschland vorfinden dann werden auch die noch deutschland verlassen und werden mit den unternehmen ziehen sozusagen und dann ist alles was hohe steuern zahlen könnte oder hohe abgaben zahlen könnte letztendlich weg aus deutschland und übrig bleibt der untere teil der normalverteilung und damit wird der intelligenzdurchschnitt drastisch nach links verschoben und es bleiben lauter inkompetente leute in deutschland zurück und die werden natürlich die können auch wieder alle kleine neue unternehmen gründen aber diese produkte werden alle drittklassig viertklassig fünftklassig sein werden auf dem weltmarkt keine absort chancen haben und die mitarbeiter die dann dort arbeiten werden sich mit mini einkommen zufrieden geben und entsprechend wird natürlich auch hartz hartz IV drastisch runtergeschrumpft werden können weil so ein hartz IV ist unfinanzierbar dann und dann wird das ganze land in armut enden und genau diese frage ist die einzige sie sollten sich überhaupt nicht mit den details von economy for mankind beschäftigen denn das verwirrt sie nur es sind sehr viele details die einen ablenken können von dieser frage was verhindert dass deutschland dadurch völlig pleite geht weil die fähigsten und die reichsten und die investitionsgelder und das investitionskapital völlig fluchtartig deutschland verlassen wird bevor das erste gesetz kommt und dann ist auch ja überhaupt kein geld mehr da ja und für die entscheidend ist auch dass der deutsche markt gerade mal im moment aus 83 millionen besteht während der weltmarkt eher aus 8000 millionen besteht also das heißt die alle alle unternehmen der welt haben können einen riesen bogen um deutschland machen weil es 7000 millionen markt auf der welt gibt wo man wo nicht so ein theater angestellt wird und wenn dann eben alle großen erfolgreichen unternehmen einen bogen rund um deutschland gemacht haben und einmal weg sind dann kommen die auch nie wieder weil zurückkommen würde ja viel geld kosten würde ja noch mal so viel kosten wie der abtransport der der produktionsstraßen aus deutschland ja und das würde niemand machen weil wenn man einmal gesehen hat dass deutschland so unstabile politische verhältnisse hätte würde das man das auch nie wieder machen und damit wäre deutschland für die nächsten jahrzehnte auf dauer bettel arm sozusagen ja und damit wäre sozusagen die ekonomie ekonomie for mankind widerlegt sozusagen und wie gesagt sie finden in der playlist 4 am ende dann nach dieser sendung heute finden sie auch die ekonomie for mankind sendung ja die die hashtag 5 die hashtag 4 ist ja schon drin die finden sie in der playlist etwas früher wie gesagt da finden sie ja immer das beste fernsehprogramm ja und so können sie dann diese ex diese diskussion der beiden berater von wir 2020 der beiden bisherigen berater externen reformer von wir 2020 sozusagen die das finden sie sozusagen als ferndiskussion und in der tour durch die sender finden sie das als die nahe diskussion also die vor ort diskussion dann in einigen wenigen tagen denke ich ja vielleicht dürfen wir auch die unseren mitschnitte der der tour durch die sender 1 dann heute auch gleich schon veröffentlichen dann dann finden sie das auch dort dann mit dabei sozusagen und finden dann die sendung hashtag 5 sozusagen von ekonomie for mankind darin eingebettet also sozusagen ja so so wird es kommen entweder so oder so je nachdem wenn der sender sagt ich brauche ein paar tage denn so eine sendung läuft ja allerhöchstens zwei tage erzielt die klicks und dann je nachdem wie wie der sender entscheidet werden wir es so machen oder so machen ja also und jetzt noch die kritik an uns selber next scientists for future was uns gar nicht gefällt ist dass zum beispiel durch unsere reformen ja dass also ja wir zwingen ja durch unsere gemeinwohlökonomie variante die ältere die ausgereifte sozusagen ja auch zum beispiel mercedes und die pharmakonzerne und so weiter auch dazu weniger abgase in die umwelt zu pusten denn jede jeder jeder jede verschlechterung der gesundheit der anwohner also erstmal werden die firmen natürlich auch viel höhere schornsteine bauen die bis in den himmel reichen aber bis in die jet streams sozusagen aber oder werden da gefüllte ballons dahin schicken und dann die abgase raus lassen solange das weltweit noch legal ist übrigens kann man so als exkurs sagen naja gut es wird ja immer so gesagt dass die dritte welt die größten probleme bekäme mit den emissionen ja wenn sie damit probleme bekommt dann soll sie doch von sich aus einen weltweiten emissionshandel für alle luftstartstoffe fordern genauso wie sozusagen eine faire aufteilung aller meere an alle staaten der erde so dass wir endlich die meere sauber kriegen weil alle sozusagen dann darüber wachen dass niemand mehr auch nur ein gramm dreck in die meere werfen darf und dann auch die meere gereinigt werden können und die luft eben sauber wird weil eben niemand mehr irgendetwas emittiert weil es extrem teuer wird aber bisher ist es ja so dass es so darauf hinaus läuft dass die erste welt soll quasi bezahlen dass die dritte welt weiterhin kräftig luftschadstoffe emittieren darf und wenn dann muss ein weltweiter emissionshandel also sollte ausgehen von der dritten welt und dann wird sich die erste welt dem billig anschließen und denn wenn es für alle gleich viel geld kostet verschiebt sich im weltmarkt nicht sondern können auch alle staaten der erde diesem sich diesem weltweiten emissionshandel für alle luftschadstoffe für alle luftstoffe sozusagen anschließen und so weiter also das können wir getrost der dritten welt überlassen ob sie sich da meldet und einen weltweiten emissionshandel anregt sozusagen solange sie das nicht tut wir waren ja nur bereit als next scientist for future greta dieses geschenk zu machen dass der weltweite emissionshandel von deutschland ausgegangen wäre und wir den kohlestopp 2026 für deutschland gemacht hätten aber das wäre ja nur ein zugeständnis gewesen für ihre gegenleistung uns in die großen medien zu bringen aber da sie das ja nicht diese zu dieser kooperation nicht fähig waren die friday is for future interessiert uns jetzt auch nicht mehr der kohlestopp 2026 jedenfalls nicht im moment ja und das bedeutet also letztendlich dass denn professor sinnen hat ja vorgerechnet dass der kohlestopp 26 ja überhaupt nichts bringen würde für das klima weil er gegen impuls auslösen würde nämlich dass die dass die ölstaaten noch schneller öl fördern würden und zu billigeren preisen in die welt abverkaufen würden aus sorgen dafür dass irgendwann ihr geschäft endet und dann würde letztendlich der co2 ausstoß noch mal drastisch ansteigen dadurch dass deutschland quasi sozusagen so vorgeht wir hätten das natürlich gekoppelt damit dass die anderen staaten wie usa und china natürlich unsere reformen nur bekommen hätten wenn sie auch gleich diesem weltweiten emissionshandel beigetreten wären also dadurch hätten wir das dann wieder abpuffern können ja aber im prinzip sagen wir mal so ist jetzt so der punkt wenn die dritte welt meint dass sie kaputt geht anhand der emissionen dann soll sie doch den emissionshandel initiieren und dann schließen wir uns gerne dem an da ist das so viel zum thema greta thunberg und fridays for future und unserer herkunft als next scientists for future wie gesagt unser angebot kooperationsangebot an fridays for future ruht ja im moment bis auf weiteres ja weil es viel sinnvoller ist deutschland mit den neuen parteien zu regieren mit der neuen großen volkspartei die sich daraus hoffentlich raus kristallisieren wird ja gut unser problem ist aber bei uns ist quasi so dass alle luftschadstoffe das imitieren von luftschadstoffen zu schlechterer gesundheit und schlechteren wohlfühl noten und wohlfühl stimmen und so weiter führt und deswegen bei uns ja finanziell bestraft wird ja weniger zu weniger verdienstzuschüssen und damit schlechteren wettbewerbssituationen führt das macht uns sorgen weil das könnte jetzt ja die mercedes und die wirtschaft schwächen ja denn mercedes kann ja nach wie vor problemlos schmutzige autos produzieren für den weltmarkt geht uns ja nichts an für deutschland produzieren sie saubere autos ja wasserstoffautos oder was auch immer aber für für den weltmarkt können sie ruhig schmutzige autos produzieren aber entscheidend ist was aus den schornsteinen rauskommt denn das vergiftet unsere eigenen bewohner und das wird wieder dann gemessen und führt würde theoretisch zu höheren preisen für mercedes auf dem weltmarkt führen das wäre schlecht aber hoppla bei uns kommt ja sozusagen ganz viel positives für medizin mercedes dazu wir geben ja gleichzeitig und parallel werden die gesamten kosten für krank krankheit im betrieb krankheit im unternehmen wird bei mercedes ja viel geringer werden dann werden auch die mitarbeiter wir werden ja erlauben dass die gehälter völlig neu verhandelt werden können weil nämlich die mitarbeiter viel geringere krankenkostenbeiträge langfristig bezahlen werden müssen viel geringer wie aufgrund der arbeitsamt reform werden viel geringere sozusagen arbeitsamt wie nennt man das arbeitslosigkeitsversicherungsbeiträge und andere sozialabgaben alle sozialabgaben werden ja wesentlich geringer werden dadurch können die gehälter von mercedes insgesamt gesenkt werden um den klar um die gleichen beträge und dadurch brauchen die mercedes auf dem weltmarkt nicht verteuert zu werden sozusagen diese insgesamt gesundere und vitalere belegschaft die zu geben mit geringeren gehältern arbeitet wird aber letztendlich netto genauso viel hat wie vorher das ist echt das führt dazu dass wir tatsächlich insgesamt dieses wirtschaftswunder von 500 milliarden jährlich insgesamt erzielen werden können und mercedes wird also eher aufblühen ja also hier haben wir also das einzige konzept wo zwar bestimmte einbußen für mercedes sind aber auf der anderen seite mercedes wieder so viel mehr gegeben wird dass sie in der summe letztendlich ein wirtschaftswunder ein endergebnis haben und deswegen gerne in deutschland bleiben bmw genauso vw genauso und so weiter also alle großen unternehmen werden gerne in deutschland bleiben weil wir eben sagen ja die schere zwischen arm und reich sollte irgendwann zusammengehen aber bitte am ende dieser positiven entwicklung zu einer gesunden glücklichen gesellschaft und nicht am anfang denn wenn man das am anfang versucht vertreibt man nur die fegen aus dem lande ja und das ist das dilemma ja und ja so viel der vorgriff ich weiß nicht vielleicht läuft die sendung heute auch völlig anders als ich es jetzt vor skizziert habe aber ich kann nur empfehlen also bis jetzt ist es so dass alle externen reformer die sonst noch in frage kämen für die neuen parteien eben leider nur konzepte haben die also weder 56 prozent wederstimmen mitbringen noch ein wirtschaftswunder mitbringen für alle in deutschland sondern eher zu einer total verarmung also ich habe es ja eben aufgezeigt die gwe gemeinwohl ökonomie das bedingungslose grundeinkommen das würde ja auch eben zu massen an kindern im niedrig qualifizierten bereich führen und würde so volkswirtschaftlich deutschland ruinieren und sozusagen denn alle anderen dinge lassen sich ja ausgleichen die tatsache die woher die gelder kommen das spielt ja keine rolle die unternehmen können ja wenn das bedingungslose grundeinkommen kommt könnten sie ja dann einfach die gehälter der mitarbeiter entsprechend senken also reduzieren um den betrag des bedingungslosen grundeinkommens und dann wäre die wirtschaft ja in dem sinne nicht geschädigt erst einmal aber die schädigung käme durch die zu vielen kinder weil 1500 euro oder 2000 euro bedingungsloses grundeinkommen wenn ein mensch ein erwachsener schon nur 30 bis 50 euro im monat braucht um gesund satt zu werden damit können sie ja eine ganze armee von kindern ernähren und und also würden dann viele sonderschulabbrecherinnen würden sich darauf verlegen dann einfach doch spaß zu haben mit vielen kindern und da da sozusagen würde dann der intelligenzdurchschnitt in deutschland der intelligenzdurchschnitt nicht der iq durchschnitt sondern der intelligenzdurchschnitt in deutschland weiterhin drastisch absinken und dann wäre deutschland auf diesen wege pleite also bei bedingungslosen hier bei der gemeinwohlökonomie bei ekonomie von mankind würde es sehr schnell zur total verarmung deutschlands führen und das bedingungslose grundeinkommen würde diese arbeit etwas langsamer erledigen sozusagen und die einzigen die ein echtes wirtschaftswunder und 56 prozent wähler stimmen mitbringen sind eben die next scientists for future und alle anderen potenziell infrage kommenden externen reformer wie postwachstumsekonomie und so weiter die würden alle auch nur schlechte ergebnisse bringen ich mache noch ein beispiel das habe ich vergessen dass die gemeinwohlökonomie und natürlich auch ökonomie von mankind lösen beide natürlich zwei zentrale probleme nicht die 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 großen forschungsergebnisse des weltrates waren schluck wasser nämlich nämlich die situation jetzt das becker beispiel stellen wir uns einen becker vor der kriegt 1000 punkte bei der gemeinwohlbilanz also die höchstnote und aber komischerweise ist ohne dass es einer merkt ist das bio getreide der zulieferer verseucht mit diesen pilzen die bei bio getreide vorkommen können und die kundschaft wird nach und nach aus rätselhafter ursache chronisch kränklich die gemeinwohlbilanz hat keine möglichkeit das in irgendeiner weise zu erfassen und quasi diese dieses vergiftete brot aufliegen zu lassen und diesen bäcker der ja quasi seine gelieferten getreide nicht toxikologisch hat untersuchen lassen sozusagen da den wird man nicht auffliegen lassen können weder in in der bei der gewö noch bei der 4m also ekonomie von mankind ja nirgends nur bei den next scientists for future fliegt das durch die gesundheitsbeobachtungen der gesundheitsentwicklung und der wohlfühlentwicklung und so weiter und der fliegt das natürlich sofort auf dass kunden die typischerweise dieses brot essen oder bei bestimmten supermärkten dieses brot kaufen bio supermärkten oder normalen supermärkten dieses brot kaufen und so weiter generell kunden dieser supermärkte werden es als kränklicher als andere auffallen und dann wird man sagen hier bei diesem supermarkt gar nichts mehr kaufen weil dieser supermarkt hat ja dann auch seine pflicht vernachlässigt nämlich dieses bio brot auf toxine hin zu prüfen na und dadurch wird er dann auch zu recht gemieden von den kunden na also die die dagegen das ist das erste beispiel dagegen hat die haben die next scientists for future ein mittel aber ekonomie von mankind und gewü haben dagegen kein mittel und bge schon gar nicht ne dann da sind sie also hilflos und dann sind sie noch hilflos das geht das ist jetzt das auto industriebeispiel ja die auto industrie bringt werbespots in einer zeitschrift und die zeitschrift schreibt artikel über werde selbstbewusst mach dir klar dass du immer im recht bist und daraus werden die leute unheimlich selbstbewusst und und überschätzen sich selber und denken sie seien immer im recht dadurch fangen sind sie dann wenn es einen streit mit dem nachbarn gibt nicht mehr in der lage sich zu fragen ob sie nicht tatsächlich selber irgendwelche regeln oder vereinbarungen oder verträge gebrochen haben sondern auch der nachbar ist schuld und ich bin gut und ich habe alles richtig gemacht ja und dadurch kommt es zu unendlichen nachbarschaftsstreitigkeiten und die leute vertragen sich nicht mehr sondern da jeder besucht und haben keine liebesbeziehung mehr im wohnhaus und jeder grüßt sich nur noch höchstens freundlich oder unfreundlich und dann ansonsten geht man sich aus dem wege und dann besucht jeder seine wenigen freunde in hamburg und münchen dadurch werden unheimlich viele autos konsumiert und diese zeitschrift kriegt weiterhin gute werbespitz spots der automobilindustrie diese teuflischen kreisläufe der gemeinsam verlaufenden evolutionsprozesse aus journalistenschaft zeitschriften journalisten artikeln und und großkonzernen und so weiter und werbe werbeschaltern sozusagen diese unfreundvollen allianzen lassen sich nicht unterbrechen weder mit der gemeinwohl ökonomie noch mit dem bedingungslosen grundeinkommen sondern nur mit der next scientist for future und auch nicht mit der ekonomie von mankind sondern nur die next scientists for future können diese beenden da die ja da bei denen ja das wohlfühlen und die gesundheit der menschen die grundlage für die verdienstzuschüsse an alle beteiligten unternehmen ist also sowohl an den zeitschriftenverlag als auch an den autokonzernen und dadurch beide sozusagen geld verlieren wenn es den leuten schlechter geht und dadurch wird jetzt also quasi wird das wieder mode werden dass die menschen ein geringeres selbstbewusstsein haben eine größere selbstkritik haben sich fragen ob sie sich nicht falsch verhalten haben dadurch mit den nachbarn wieder gut auskommen und dann wieder liebesbeziehungen im hause entstehen alle glücklicher sind und weniger autos kaufen und weniger autos fahren und trotzdem versteht sich dann der autokonzern so besser als wenn er wenn seine verdienstzuschüsse reduziert worden wären dadurch dass es den menschen schlechter gegangen wäre oder sie gar bei autounfällen getötet worden wären was dann die schlechtesten werte gebracht hätte ja denn jeder autounfall reduziert ja auch die verdienstzuschüsse an die autofirmen so ich glaube jetzt habe ich aber alles also ich bin mal gespannt ob die heutige sendung ungefähr so verläuft wie ich es jetzt angesprochen habe aber oder völlig anders ob da ganz neue argumente auf den tisch kommen ich bin gespannt und ja also bis bald tschüssi und anrufen noch ist zeit bis viertel bis halb elf kann man sich noch melden und tschüssi bis bald